Na alle zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder meine Magic Plus Kiste aufmachen und ich hoffe, dass ich diesmal nicht wieder ein Gürtel kriege. Denn ich versuche ja seit ein, zwei Wochen hier meinen Alichar ein wenig zu gieren. Habe letzte Woche wieder ein paar Magic Plus Kisten gemacht, unter anderem eine Zehner. Und jetzt drückt mir hoffentlich alle die Daumen, dass da mal ein Trinket, ein Ring oder sowas in die Richtung rauskommt und nicht wieder ein Gürtel. Nice, ich habe einen Ring, nice. Gut, der hat zwar nicht so geile Stats, aber das bringt mich doch gut vom Item Level hoch, wie ihr seht. Sehr schön, jetzt brauche ich bloß noch vernünftige Trinkets und ja, dann sieht die Sache doch schon mal echt ganz rund aus. Ja, das war es auch schon wieder mit dem kleinen Opening. Ich habe das gekriegt, was ich haben wollte, einen Ring. Habe jetzt auch wieder ein paar Titan Residium, sprich mit der nächsten Kiste müsste ich dann auch genug haben, um mir die Brust da noch hoch zu kaufen. Sprich das letzte Item noch auf 415, beziehungsweise da ich den Hals ja schon auf 48 habe, dann direkt auf 420. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein paar Trinkets aus Mythic Plus und diversen rauskriegen kann. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, gerne beim nächsten Opening. Euer Tila, bis dann. Ciao.